Hast du auch schon Phishing-Mails gekriegt, in denen du aufgefordert wurdest, deine Daten zu schicken oder irgendeinen Link zu klicken? Früher waren diese Texte immer in sehr schlechtem Deutsch und voller Fehler. Die werden aber immer besser und sind gar nicht mehr so einfach zu durchschauen. Hast du schon einmal eine Videobotschaft von einem solchen Gauner gekriegt? Wahrscheinlich nicht. Wäre ja ziemlich vermessen, das Fahndungsbild für die Polizei gleich mitzuliefern. Wenn ich meiner Botschaft ein Gesicht gebe, dann wird es persönlich und schafft Vertrauen. Du kannst jetzt hier in diesem Video meine Stimme hören. Die gibt schon sehr viel Preis über mich. Dann siehst du meinen Oberkörper und mein Gesicht. Die Körpersprache ist die älteste Sprache der Welt. Und wenn wir miteinander reden, dann lesen wir unbewusst die Körpersprache immer mit. Und es ist extrem schwierig, mit der Körpersprache zu lügen. Und du kannst in meine Augen schauen. Und meine Augen, das sind die Fenster zu meinen Gefühlen und zu meiner Identität. Und deshalb hat Video so viel Kraft, weil es eben persönlich ist und nicht einfach kopierbar. Wenn Menschen aus ihrem Herzensanliegen ein Business machen, dann möchten sie ja das Angebot, dieses Anliegen in den Vordergrund stellen und sich zurücknehmen. Aber um Kunden zu wohnen, funktioniert das nicht, weil die Kunden, die möchten zuerst dem Anbieter vertrauen und nachher dem Produkt. Und deshalb ist es sehr oft ein Game Changer, wenn Unternehmerinnen und Unternehmer sagen, hey, ich zeige, wer ich bin und wer hinter diesem Angebot steht. Macht also alles für dich Sinn, aber du findest, das ist für mich so eine Riesenhürde, diese Videoproduktion, weil du denkst, du schaffst es nicht mit der Technik oder du siehst komisch aus vor der Kamera oder weisst gar nicht, was erzählen. Für das habe ich einen Videokurs entwickelt, damit ich dir helfen kann, diese Hürde zu überwinden. In diesem Kurs Videokraft deine Botschaft bewegt, zeige ich dir, wie du deine Hardware richtig einsetzt, ob jetzt das ein Smartphone oder eine Kamera ist. Ich zeige dir, wie du dich vor der Kamera positionierst, damit du echt und kompetent wirkst, wie du eben deine Stimme und auch deine Körpersprache einsetzt und du lernst auch, wie du deine Produkte und Angebote filmisch darstellen kannst. Ich nehme dich an die Hand und führe dich durch die sogenannte Postproduktion, den Videoschnitt, damit du wirklich auch deine Videoclips zusammenschneiden kannst und ich zeige dir verschiedene Konzepte, verschiedene Arten, wie du Videos aufbauen kannst, um deine Wunschzuschauer zu erreichen. Diese Videolektionen sind aufgezeichnet, damit du sie auch jederzeit wieder anschauen kannst. Wir treffen uns aber regelmässig auch zu Live-Calls, um zusammen zu filmen, zu schneiden und auch zu netzwerken. Wenn du meinen Kurs Videokraft deine Botschaft bewegt, absolviert hast, dann kannst du deine eigenen Videoskripts schneiden, kannst sie filmen, schneiden und auch veröffentlichen auf der Plattform, auf der du dich gerne bewegst, damit du und deine Botschaft sichtbar werden. Ich habe schon weit über 1000 Menschen begleitet, damit sie auch selbst Videos produzieren können und all dieses Wissen aus Offline- und Online-Kursen habe ich jetzt in diesen Lehrgang gesteckt, damit ich auch dich weiterbringen kann. Melde dich jetzt an für den Kurs. Je früher du beginnst, desto eher können dich deine Kunden kennenlernen. Du brauchst kein teures Equipment, du kannst mit dem Smartphone loslegen. Und egal, ob du noch gar keine Erfahrung hast oder bereits einige Videos produziert hast, ich hole dich dort ab, wo du jetzt stehst, damit du die Kraft von Video nutzen kannst und mehr Menschen mit deiner Botschaft bewegen darfst. Du findest den Link zum Kurs hier unten über das Bild oder auch im Text den Link, damit du noch mehr Details zum Kurs findest und dich auch anmelden kannst. Ich freue mich sehr auf dich und auf deine Botschaft. Tschüss!